Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf TheJoecraft und herzlich willkommen zu etwas abgefahren Wahnsinnigen. Denn liebe Leute, ich möchte gerne euch um eure Unterstützung bitten bei meiner Bachelorarbeit, bei einer Studie innerhalb von Minecraft als Spiel. Denn es gibt hier in Minecraft eine Adventure Map, die gebaut worden ist. Eine Adventure Map zum Thema Musikunterricht. Und das ist jetzt egal, ob ihr Ahnung von Musik habt oder nicht Ahnung von Musik habt. Denn meine Theorie ist, dass man auch mit dem klassischen Minecraft, also nicht der Education Version, sondern mit dem klassischen Minecraft Unterrichtsmaterialien vermitteln kann. Und dafür haben wir einen kleinen Studienserver aufgebaut. Der wird bis Donnerstag Mittag, also ab so Donnerstag 14 Uhr, Donnerstag der 14.14 Uhr, falls ihr es etwas später spielt, geöffnet sein. Der Server ist so aufgebaut, dass ihr den mit Java 1.19 joinen könnt oder sogar auch mit der Weltrock-Version. Das heißt, falls ihr gerade kein Java habt, könnt ihr auch mit der Weltrock-Version den Server öffnen. Das funktioniert tatsächlich auch. Und es ist so, dass wir am Anfang eine kleine Umfrage machen. Und da bitte ich euch dann auch die Fragen, die da stehen, wahrheitsgemäß zu beantworten. Anschließend dürft ihr hier eine Unterrichtsstunde in Minecraft spielen. Natürlich keine Stunde, das dauert nur zehn Minuten. Wir haben dafür einen Tempel vorbereitet, den Tempel des Rhythmus. In diesem Zelda-esken Tempel geht es darum, dass ihr euch durch Räume bewegen müsst, ein bisschen etwas über Musik kennenlernt. Und egal, ob ihr das Thema schon kennt oder nicht kennt, ihr werdet auf jeden Fall es auffrischen oder neu dazulernen. Und es gibt auch richtige Challenges, Prüfungen, Aufgaben und einen Ant-Boss, gegen den ihr antreten müsst, den Warden. Das wird sehr, sehr spannend. Und anschließend gibt es noch eine kurze Evaluation, wo ihr dann nochmal angeben könnt, was ihr besonders leicht oder schwer fand. Es gibt Hilfestellungen, falls ihr euch nicht sonderlich gut auskennt und Hilfe braucht. So, das alles ist vorbereitet. IP kriegt ihr sofort. Kurz ein paar Informationen, was das Ganze soll. Ich schreibe aktuell meine Bachelorarbeit um das Thema Gamification in Minecraft. Das ganze Thema ist so ein bisschen aufgedröselt in die Bereiche Gamification, also Gamifizierung. Wie kann man Computerspiele nutzen, um spielerisch Inhalte lernen, Lerninhalte zu vermitteln. Dann gibt es die sogenannten Serious Games. Das sind extra Computerspiele, die für Bildung entwickelt worden sind. Zum Beispiel Minecraft Education Version. Vielleicht habt ihr davon schon was gehört. Aber meine These ist sogar nochmal eine ganz andere. Ich sage nämlich, dass jedes Computerspiel richtig eingesetzt für Bildung genutzt werden kann. Also quasi die Schnittstelle aus Gamification, Minecraft und Serious Games. So, und die IP von diesem Server, wenn ihr mitmachen möchtet, lautet auf der Java Version einfach nur zap.mods.xyz. Die Badrock IP, da müsst ihr quasi bei Badrock immer drei Sachen eingeben. Servername, da schreibt ihr einfach Studie rein, das ist egal, was ihr reinschreibt. IP ist zap.mods.xyz und der Port bei Badrock ist 19132. Bei Minecraft ist es der Port 2565, den könnt ihr weglassen. Das macht das Spiel automatisch. So, der Server ist limitiert auf 25 Leute. Das heißt, es können nur 25 Leute gleichzeitig in der Studie teilnehmen. Wenn der Server voll ist, warten und dann anders versuchen. Also das heißt, ihr werdet wahrscheinlich jetzt in den Anfängen, es wird sehr voll sein, ein bisschen warten müssen. Aber der Server ist, wie gesagt, jetzt für vier Tage lang geöffnet. Ihr könnt vier Tage lang in den Server joinen. Seid bitte ehrlich bei dem machen. Kurze Info zum Thema Datenschutz, auch nicht ganz unwichtig. Alles, was ihr abgebt, ist anonym. Das heißt, es wird nichts mit eurem Namen und ihr gebt auch keine privaten Daten an, um Himmels Willen. Es wird weder was mit eurem Namen, noch was mit eurem Spielernamen, noch was mit eurer Spieler-ID oder sonstiges in Verbindung gebracht. Was wir tatsächlich hier gucken, sind zum Beispiel, wie oft wird der Knopf Prüfung neu starten gedrückt. Wir haben hier einen Knopf zum Beispiel, wo man die Prüfung neu starten kann und wir zählen zum Beispiel im Hintergrund, wie oft wurde dieser Knopf gedrückt. Ich möchte so ein bisschen gucken, ob das verständlich ist, wie das Thema umgesetzt worden ist. Dahinter steckt die ganze Theorie der Computerspiele. Wie ist ein Computerspiel aufgebaut? Denn wir haben hier ein Spiel im Spiel gebaut. Also innerhalb von Minecraft haben wir ein Spiel entwickelt, mit dem man Musik machen kann. Mit wir meine ich hauptsächlich ich selbst und ich habe ein ganz, ganz tolles Team, die mir bautechnisch hier geholfen haben. Guckt euch das mal an, wie unglaublich schön das Ganze aussieht. Und wir haben noch eine weitere Person, zwar den sogenannten Linfator, vielleicht kennt man ihn, engagieren können, ein paar Musik-Soundtracks zu machen. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr eine Prüfung schafft, dann macht auch die Lauscher schön auf. Ihr bekommt nämlich ein paar richtig schöne kleine Musikstücke zu bringen. TGW war auch noch damit beteiligt. Also wir haben, es waren so viele beteiligt an diesem Projekt jetzt, die da mitgeholfen haben. Es geht ein riesen Dankeschön da an die ganzen Leute raus. So, aber es geht darum, zu beweisen, dass man in Minecraft auch guten Unterricht machen kann. Minecraft soll nicht den Standardunterricht ablösen. Das ist nicht meine Theorie. Ich sage auch nicht, dass Minecraft nur in Schulen gespielt werden soll. Aber ich glaube, und das ist meine Theorie, dass man Minecraft und jedes andere Computerspiel auch als Einheit in einen Unterricht mal integrieren kann. Das heißt, man kann zum Beispiel mal einen Teil einer Musikstunde, zum Beispiel dieses einfachste Kapitel der Musik, was sind Notenwerte, in Minecraft darstellen. So, jetzt habe ich genug geredet. Jetzt seid ihr dran, Leute. Ihr könnt spielen. Der Server ist, wie gesagt, ab jetzt offen. Ihr könnt draufgehen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich auf jeden Fall, dass ihr an dieser Studie teilnehmt. Es bedeutet mir unglaublich viel, jetzt auch da die Bachelorarbeit genau zu diesem Thema zu schreiben. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das Thema in Zukunft entwickeln wird. Ich würde sehr, sehr, sehr gerne mein Wissen, was ich jetzt hier auf YouTube in den letzten Jahren angeeignet habe, auch da den wissenschaftlichen Bereich etwas fundieren, ein bisschen weiter erweitern und vielleicht auch irgendwann mal irgendwo einbringen. Sei es in der Politik, sei es im Bildungswesen oder sonstigem. Aber ich glaube, dass da noch ein riesen Potenzial hinter steckt. Das heißt, Computerspiele können einiges. Liebe Leute, danke auf jeden Fall für eure Teilnahme. Vielleicht noch mal ganz kurze Informationen zu meinem YouTube-Kanal. In den nächsten Tagen und Wochen wird es hier sehr wenig Videos geben, weil ich wirklich einmal mit dem Schreiben der Bachelorarbeit und anderen Projekte so stark beschäftigt bin, dass mich das einfach zu stark zeitlich einnimmt. Und das hat jetzt auch gerade Vorrang und Priorität. Ab September bin ich aber dann wieder on the go und dann gibt es auch wieder tägliche YouTube-Videos. Leute, dankeschön nochmal für eure Teilnahme an dieser Stelle. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Studie. Das werdet ihr hoffentlich haben. Das war uns ganz, ganz wichtig, dass es richtig Spaß macht hier und dass es nicht so langweiliger Unterrichtsstoff ist, sondern lebendig und spannend in Minecraft. Ja, viel Spaß. Macht's gut. Bis bald und ciao, Leute. Bis bald.